Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge Podi Wir waren hier stehen geblieben und versuchen immer noch die Kosten etwas zu minimieren Funktioniert das? Sag mir es funktioniert, sag mir es funktioniert Ist das noch? Nein das ist nicht mehr genug halt Nein ich will die Replay nicht teilen Wir müssen das jetzt austesten Wie weit können wir gehen und wie weit können wir nicht gehen Wir haben letztens mal gesehen wie es funktioniert Aber Irgendwie habe ich jetzt schon wieder was verändert Okay so geht es Also daran können wir auch nichts ändern Können wir das eins hochschieben? Hat das überhaupt was im Budget verändert? Ich glaube schon ein bisschen ist weg Aber ne alter da da Jeder Pixel ist schon genau richtig so wie er sein muss Da kann man kaum was verändern Das ist krass Ne Ich werde blöd hier Okay es funktioniert Können wir das zufällig zu Holz auswechseln 28 Bitte jetzt Jetzt ist der Moment gekommen An dem du Spiel mit zeigen kannst Wie es nicht geht Ne Nein nochmal Alles So So hat es funktioniert Oder Genau so hat es funktioniert Jetzt So funktioniert es gar nicht oder 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 Ne Das hat so viel Stabilität gebracht Dieses Stahlteil Das gibt es gar nicht Das kann doch keinem erzählen Wie viel Stabilität das gebracht hat Können wir es damit ersetzen? Vielleicht Möglicherweise Bitte Ja können wir Okay Wenn wir das jetzt noch Ein bisschen kleiner machen Vielleicht Ja Lassen wir es erstmal Lass es mich doch ein bisschen kleiner machen Ja okay Es lässt mich 257 Das werden wir doch wohl Noch wegkriegen So Passt das jetzt immer noch Es müsste ja von dir Eigentlich Stabilität Nichts verändert haben Bam So Das war das Level Alles klar So 18 Meter Drawbridge Wir haben hier Ja Wir haben Hydraulik Und wir haben aber auch Unbegrenzt Straße Das heißt Können wir nicht wieder Unser lustiger So eine Brücke hier machen Können wir das nicht Wieder so machen Weil das fände ich Ehrlich gesagt Echt cool Grad Weil wir dann Ja Viel Sparen Uns viel Viel Aufwand sparen würden Mit so einer coolen Oberkonstruktion Aber es Könnte auch sein Dass es zu lang ist Für das Was ich hier vor habe Dass der Also bei der letzten Brücke Die wir so gemacht haben Da war das okay Aber die Brücke Ist schon wieder Zu lang Für das Aber wir werden sehen Ob es funktioniert Oder nicht Ob ihr wirklich Richtig steht Seht ihr Wenn das Licht angeht Yeah Immer noch nicht Too far away Aber wir haben eigentlich Recht gutes Budget Aber wir schauen erstmal Nein Ja ist klar Dass es nicht funktioniert Wenn es nicht passt Oh Gott Uh Erst das hält Kommt wieder das Boot Kratzt den Kamin da ran Aber das ist ja nicht Mit dem roten Bereich Und da hält es Ja bam Also die Brücken Finde ich easy 30 Meter Double Overpass Drawbridge Brr 68.000 City Car Station Wagon And Three Tuckboats Wood Steel Pistons Suspension Cable Oh Shit Das Können wir das nicht Auf unsere altbewährte Methode machen Warte mal Wir sind da Zwei gestiegen Das heißt maximal Und dann Eins Zwei Genau So haben wir das gemacht Ähm Das geht dann wieder Zu weit Genau Genau so Okay Jetzt ist die Frage Können wir das so machen Dass wir Nicht Das geht so Das schaffen wir so Für 68.000 Da können wir Können wir Konstruktionen ohne Ende machen Da Also das ist ja Das ist ja toll Das kriegen wir so Das kriegen wir locker hin Sage ich jetzt noch Ähm Wahrscheinlich Aber das Das sieht doch mal Vielversprechend aus Finde ich Also Diese Brücke gefällt mir auch Wieder nicht Diese Jump Dinge Sind ätzend Da muss man einfach nur Korrigieren Korrigieren Bis der Arzt kommt Aber das hier Gefällt mir glaube ich Wieder Äh Wenn ich nicht Irgendwas falsch gemacht Hätte Hier Ah ja Genau Jetzt Ähm Kann mich Ah das kann man noch Weiter bewegen Genau Tun wir erst mal Das herrichten Nein Das wollte ich nicht Ähm Too far away Was soll das denn Ah so Ja so ist richtig Und jetzt muss Dann noch verbunden werden Das können wir Mit Stahl machen Bam Bam Das hält natürlich Noch nicht Da können wir jetzt Mit Stahl Noch stützen So So lange Stahl Dinger Äh Machen wir die Am besten Gleich lang Auf beiden Seiten Okay Das sieht doch Gut aus Ha Ja Doch Perfekt Alle Bote Das ist doch Wunderschöne Brücke Und kaum Belastung Für nur 39.000 Complete Desert Wines 43% Belastung Warte mal Hätten wir Wir hätten Hydraulichs Aber 5 Gehabt 4 Stück Ah Oder ne Unbegrenzt sogar Ach ne Brauchen wir nicht Wir machen das Viel schlauer Und auch viel schöner Also Wenn das Keine schöne Brücke Ist Wenn das Keine wunderschöne Brücke Ist Die könnte man auch In echt übernehmen Da würde mein Bruder Bestimmt stolz drauf sein Ja mit seinem Bauingenieurwesen Studiengang da Also das ist toll Hint Use rocks To your advantage You can build around them For support Also wir sollen Solche Felsen wie hier Für unsere Vorteile nutzen Und wir können da drum rum bauen Um Ja Dass die unsere Brücke stützen Also Straße unbegrenzt Da können wir doch wieder Hier warte mal Ja da können wir das doch wieder so machen Okay Wir bauen Wir bauen wieder so was schönes Wieder das gleiche Aber es funktioniert Und es ist echt effektiv Das muss man einfach sagen Es ist halt einfach Es ist halt einfach geil Ja So ist es halt Eben Es ist halt einfach gut Es funktioniert Deswegen Ähm Bauen wir das jetzt auch so So Jetzt hier noch ein bisschen Gerade machen Alles klar Ähm Ein bisschen höher hier So Kann man das hier noch Ja kann man rüber bewegen Perfekt Ähm Ist hier noch was zu machen Ähm So Perfekt Und jetzt Oh Wir haben keinen Stahl Das ist schlecht Äh Warte Trotzdem wollte ich das nicht weg machen Weil wir Wir können das trotzdem lösen Und zwar machen wir So Und So Ne das bricht noch zusammen Und jetzt müssen wir das machen Was er uns Was uns gesagt wurde Ähm Wir nutzen diesen Felsen Als Support Felsen Also als Dass der uns Oh Unser Budget Das tut weh Ne Es hält auch nicht Unser Budget Tut uns weh Hm Wir haben auch keine Hydraulik Also müssen wir es so machen Aber unser Budget Sagt Ne Wackel Wackeldackel Wackeldackel Ja ja Ähm Hält das so besser Ne 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 Ah Ne Das geht so nicht Das funktioniert irgendwie nicht Ähm Warum Warum bist du denn so wählerisch hier Warum willst du denn nicht einfach eins nach unten gehen und dann war es das Nein Ich will Ganz weit auch unten gehen Eins geht nicht Wieso willst du denn nicht eins nach unten Alter Okay Straße Achso weil es dann zu weit weg ist Ja dann müssen wir halt das auch eins weiter runter setzen Okay alles eins weiter runter Ah so Okay Genau jetzt ist das Jetzt ist das so Und jetzt funktioniert das auch Nicht Ah ja genau Weil das noch nicht ganz ausmacht Genau Perfekt Wir sind noch fast im budget Ähm Wir können uns aber schnell wieder reinbringen Wenn wir es vielleicht so machen Erstmal schau Ah funktioniert ja gar nicht erst Schade schade Ähm Ah so funktioniert es fast Wir sind jetzt echt nicht Warum nicht Oh Schade Okay Nee Das hilft auch nichts Ich glaube wir müssen uns wieder Eins höher setzen So Das Nee warte mal Ah so Wir müssen jetzt wieder eins höher setzen Vielleicht gibt das die Stabilität Die Das bisschen Stabilität was wir noch brauchen Gibt es die Stabilität Nee gibt es nicht Hm Haben wir noch irgendwie was zur Auswahl Nein wir haben nur Straße und Holz Und 16.000 Dollar Das ist ehrlich gesagt Nicht viel Aber wir müssen damit auskommen Wir müssen hier dann halt noch so eine Stütze bauen Warum ist nur dieses Ding gebrochen Nee ist ja auch egal Gut Und jetzt müssen wir noch unser Weniger Geld ausgeben Gibt es nicht so immer noch Ah nee Dieses Geräusch Also so funktioniert es Richtig Ja das bricht Aus welchem Grund auch immer Äh warte Nee ich verstehe es gerade nicht Weil die Brücke exakt identisch auf beiden Seiten ist Wir wollen noch 3290 Euro wegbringen Die Dinger braucht es oder Oh jetzt bricht das an der anderen Seite Braucht es die auch Ganz doofe Frage Braucht es die Nee die braucht es auch nicht Mein Gott Da haben wir natürlich eingespart Ja okay das braucht es Das braucht es definitiv Aber so funktioniert es schon mal Da haben wir schon mal ordentlich was weggeschafft Warte man braucht es die überhaupt Ja die braucht es Ach so eins können wir weglassen Aber an der anderen Seite nicht Gut Obwohl wenn Ja nee doch das braucht es Ja haben wir viel eingespart dadurch Ja nee natürlich das braucht es Was können wir noch entfernen Hm Passt auch wenn wir das verkleinern Ja passt auch Wenn wir Das verkleinern Wenn es nur noch 65 Ja Nee 1065 Oh Gott Mein Gott was für eine billige Brücke will der denn Sind wir hier in China oder wie Ich fliege auch gleich nach China Und verkaufe da Brücken Mich wundert es dass dieses Dass es dieses Teil nicht braucht So Boah Also jetzt werden wir Wirklich gleich zum Cheap Bridge Builder hier Es gibt es hier gar nicht Wie billig der seine Brücke haben will So jetzt werden wir mit dem Budget Jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr So geht's Alles klar Gut Hier beim billigen Brücken bauen Ähm Verabschiede ich mich für diese Folge Bis zur nächsten Folge Ich wünsche euch was Auf Wiedersehen Ich wünsche euch was